ein mercedes benz glk 250 steht hier zum verkauf der grau fahren suv ist 5 thürich bietet platz für fünf personen sowie viel stauraum fürs gepäck der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 64.000 kilometern die erstanmeldung war mittel 2012 der suv verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie xenon scheinwerfer navigationssystem tagfahrlicht anhängerkupplung schiebedach und noch vieles mehr das stufenlose automatikgetrieben des sparsamen allrad diesels überträgt eine satte leistung von 204 ps kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen ja